Moin Leute, herzlich willkommen zurück bei einer weiteren Folge von FNAF. Mit dabei ist heute wieder Vulkano. Ja. Also, wahrscheinlich sind wir beim letzten Mal. Es ist schon eine Weile her, dass wir die letzte Folge aufgenommen haben. Deswegen glauben wir, dass wir bei Nacht 3 beim ersten waren. Beim ersten FNAF. Aber ey, das ist egal, ob wir recht haben oder nicht. Weil wir wollen ja eigentlich nur Geld holen, damit wir FNAF 3 schaffen können. So, wir können nur du links, ich rechts. Okay. Was ist das? Lack in the open. Alter, Foxy sinkt jetzt schon. Foxy! Stop it now! Du kriegst das hin, oder? Wenn Foxy da einmal... Du weißt schon, was du machst. Oh, ich seh... Oh, ich hab was gedrückt! Oha. By the way, Chica und Bonnie sind schon weg. Seh ich hier grad. Ich hab Chica noch nicht gesehen. Ja, also komm, wir da... Ähm... Wahrscheinlich hat Chica instant auf Klo gesprintet. Aber ich hab's nicht gesehen. Noch bevor... No, bevor ich rausgeguckt hab, wahrscheinlich. Genau, ich hab auch ein bisschen mehr... Ja, meine Maus ist so klitschig! Ich hab auch rausgefunden, Freddy... ...kommt... ...äh... ...im echten Pfaffen. Muss man immer, immer wieder auf Kameras hin angucken, dass er sich nicht bewegt. Hier soll es wohl so sein, dass er erst kommt, wenn das Licht aus ist. Achso, der... Achso, der Strom aus ist. Wenn wir keinen Strom mehr haben, geht alles aus und Freddy kommt. Ich bin bereit, Tür zu zu machen. Ich mach jetzt Tür zu, solange Chica da ist. Okay, das... Nee, Bonnie ist weg. Sobald... Ey, sobald ich was höre, mach ich Tür zu und du guckst einfach, dass du reinkommst. Bam! Easy! Weg mit dir, Fuxy! Ich hab' ihn doch gesehen. Chica ist, glaub ich, immer noch da. Ja, aber haben einer her, mein Chica und... Die sieht nicht gut aus. Ich guck kurz wegen Chica. Ich glaub, die ist weg. Das sieht wirklich nicht gut aus. Da war... Oh, die ist weg. Sie ist weg, okay. Sein Nebenraum. This is scary. Okay, ist wieder weg. Chica ist, glaub ich, auch aufs Klo gegangen, grad das müsste es hier gewesen sein. Ich hab' grad nicht auf den Tegel geguckt. Alter. Ich hab' misst gemacht. Ich wollt' das anklicken, hab' aufs Licht gedrückt. Junge, meine Michael Myers-Maske... Sieht in roh... ...sieht in roh... Junge, meine Chase-Maske sieht real aus, da. Aber sonst sieht sie nicht real aus, da. Junge, Alter... Ich glaub' ich glaub' ich glaub' wir werden keine Zuschauer haben. Alle Zuschauer fänden an dieser Stelle sterben. Die werden der Herzen verdammt. Ich hab' mir keine Leute mehr, die uns abonnieren können. Ich hab' mir gesagt, dass er noch keinen YouTube-Kanal hat. Wenn ihr wollt, dass ihr einen YouTube-Kanal macht, schreibt's in die Kommentare und ich werde ihn... Nein, 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 nein und leute ich lass so ich lass eigentlich bei allen meinen folgen so viel wie möglich drin ich hatte nur das wenigste aus was ich rauskarte zum beispiel sachen die wie wenn ich eine andere app kurz öffnen auf einem pc ein anderes fenster öffnen um etwas gar mit jemanden zu schreiben der mir die ganze andere ruft dass er nicht machen soll weil ich aufnehmen oder so oder wenn man persönliche daten sehen kann dann schneide ich das raus aber sonst lasse ich eigentlich alles drin weil ich weiß viele von euch mögen die längeren folgen ich könnte mein freundschaftskopf verlinken in aufs ich weiß mit foxy 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 aber auch schon bei früher als ich noch andere youtuber geguckt habe selber habe ich immer ganz immer gesagt leute die in der kommentare geschrieben haben soll warte sachen oder so so langweilige kann man wenn man von a nach b läuft und das eigentlich langweilig ist sollen das nicht rausschneiden und sie haben gesagt doch das langweilig aber es wurde immer wieder in den kommentaren erwähnt habe ich selber auch schon gelesen dort bei verschiedenen youtube an und deswegen bei mir könnt ihr so gut wie an cut folgen sehen aber ist wahrscheinlich nur ein prozent oder so raus weil das einfach persönliche daten oder so was ich nicht zeigen kann ich habe fox überlebt obwohl ich bisschen zu spät war bis ich dachte gerade das bei mir zugemacht und mich ausgesperrt so herrn so herr du musst mir rein zuzumachen ne ja oh bonnie ist gerade aus dem kopf raus gekommen wo meine maus verschiebt sich die ganze bitte abstehen jetzt ich hab's mir voll egal ich hab mir schon ich höre wieder äh friday fatbear ja ja leute der hat so ja friday fat bear zu 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 easy ist chica noch da ich neun ob chica noch da ist ich glaube chica ist noch da guck kurz auf camps ganz kurz weil es besser so als jetzt dumm zu warten chica ist weg oh geh 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 schnell renn renn um dein leben renn so schnell wie du auch fox macht dich bereit ja ich hab mich auch bereit gemacht fox fox ich fordere dich los wer wird damit los trennen welchen generator fertig gemacht und los kannst du mir sagen ob fox gewinnt die junge ich wollte gerade erschrecken nein bonnie hat mich vor recht einfach eingebunden oh weg mit dir ich helfe dir jetzt du guckst wegen chica guckst chica und freddy aka chica ist necke chica ist necke oh hast du Glück gehabt die ist wieder weg die ist weg die ist weg ne die ist da die ist die ist die weg 55% und wir haben 2 fox mach dich wieder bereit ist nicht soo ok 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 oh bonnie hab mich auch bereit gemacht schon warte ich guck auf die tür sag mal einfach wenn irgendwo einer kommt ich bin bereit für foxy einfach du musst wegen auch von bonnie gucken der bonnie der zack oh guck jungen schau mal 10% alter übertreib halt alles warte jedes mal ich 2m und und 40% 3m ist krass geworden also ich guck jetzt wieder links sobald Foxy bereit macht guck ich den knopf an und du guckst wegen allen 3 oh nein freddy versucht zu am tür zu gehen freddy bewegt sich oh schau ja chica bewegt sich aber sie kommt noch nicht foxy macht sich wieder bereit ok dann guck ich jetzt den knopf an ähm bonnie prophezeit freddy schau wo w 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 Okay, Leute, wenn ich ja gerade einen technischen Absturz habe, kann ich jetzt nicht mehr hören, weil gerade die Verbindung unterbrochen wurde. Ich würde mal sagen, es ist ein kürzerer Park gewesen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da und abonniert den Kanal. Wenn ihr keine weiteren Folgen mehr verpassen wollt, dann aktiviert jetzt die Glocke. Habt noch einen guten Tag. Ciao, ciao.